Hallo, mein Name ist Tobias Brotke. Ich bin Sportwissenschaftler, Rückenschullehrer und vor allem seit 25 Jahren mit ganzem Herzen Lehrer und Ausbilder für Taiji und Qigong in der Tradition der Dauertischen Drachentagsschule. Ich habe einen kleinen Workshop für euch vorbereitet im Rahmen dieser Veranstaltungsserie mit dem Thema Geschmeidig wie ein Tiger, ein schmerzfreier Rücken mit Taiji. Das ist ein Themenbereich, der vielleicht vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, nämlich dass gutes Taiji-Training wirklich wahre Wunder für einen gesunden, vitalen, starken und bewussten Rücken bewirken kann. Und genau das möchte ich euch tun. Ich möchte euch einen kleinen Einblick in eine traditionelle Übungsmethodik bieten, in der ihr eine Idee davon bekommt, wie euer Rücken ganz leicht bewusster werden kann, wie er entspannter und damit schmerzfreier werden kann, wie er aber auch kräftiger und damit belastbarer werden kann und wie er insgesamt auch überhaupt vitaleres und besseres Körpergefühl entwickeln könnte. Dazu werde ich euch eine Figur aus einer unserer Taiji-Formen zeigen, nämlich Hupu, der Tiger stürzt nach vorne, und auch einige begleitende, einfache Grundlagenübungen dazu vermitteln, die diese Übung besser zugänglich machen. Im Prinzip kann jeder, der Interesse an der Thematik hat, ohne jede Vorkenntnisse an diesem Workshop teilnehmen. Ja, ich freue mich, euch zu sehen und bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung beim Kurs. Bis dahin!